Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing. Heute habe ich was ganz besonderes. Auf dieses Media Book habe ich mich wirklich sehr lange gefreut und heute ist es endlich eingetroffen. Es handelt es sich hierbei um das Hobo Wiffe Shotgun Media Book in der Hauptrolle mit Rutger Hauer. Ja und das wollte ich euch jetzt ein paar mal kurz vorstellen und seht selbst. Seht schon sehr stark gemacht aus auf der Vorderseite. Er sorgt für Gerechtigkeit Kugel für Kugel. Der Film der ist einfach nur Top. Ich kenne wenige Filme die an diesen herankommen. Wie man hier sehen kann besser als Machete. Also dem kann ich nur zustimmen. Einfach total krass. Rotgehauert. Grandios. Vergessen sie Grindhouse oder Machete. Für den wahren Grindhouse Genuss ist Hobo Wiffe Shotgun genau das Richtige. So dann kommen wir mal zu der Laufzeit der DVD. Das sind ca. 83 Minuten. Die Laufzeit der Blu-Ray sind ca. 86 Minuten. Der Ton ist in Dolby Digital 5.1 enthalten. Als Bonus Material haben wir Making Offs dabei. Gelöschte 10. Directors Red Band Trailer. US Kino Trailer und ein 16-seitiges Booklet das ich euch jetzt auch zeigen werde. So packen wir das gutes Stück. Mal zusammen auf. Hier sehen wir die DVD. DVD. Das sieht auch sehr stark gemacht aus. Jetzt kommen wir zu dem 16-seitigen Booklet. hier haben wir einzelne Film-Szenen. hier haben wir den Regisseur. Jason Eisner. sieht auch sehr stark gemacht aus. Hier ist noch ein Gespräch zu finden. Hobo für Shotgun mit dem Regisseur Jason Eisner. So wie es aussieht ist es ein Interview. Wie er darauf gekommen ist, so einen Film überhaupt zu drehen. Sollte man sich auf jeden Fall mal durchlesen. Hier haben wir noch den guten Film in Blu-Ray. Hier haben wir noch den guten Film in Blu-Ray. Hier haben wir noch einen Film in Blu-Ray. Ich kann mich nicht kurz an der Film vorstellen. muss man einfach mal gesehen haben, einfach top, klare Kaufempfehlungen, Daumen nach oben und wenn euch mein Video gefallen hat, dann lasst doch einfach mal eine Nachricht, ein Abo oder was anderes